Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, die Atombombe haben wir in der letzten Folge, also gestern, gezündet. Demnach ist das Institut ausgelöscht worden. Ich bin heute mal dabei, so meine Questen, die ich noch im Inventar habe, zu bergen. Ja. So, hier haben wir jetzt eine wetzverbesserte Raider-Rüstung. Okay, nehmen wir mit. Ich habe ganz vergessen, dass hier immer so ein paar Gule rumeiern. Ich muss mal die Ansicht wechseln, das ist doch ein bisschen angenehmer. Na? Zum Glück sind meine Lufteinlassöffnungen mit Staubfiltern ausgestattet. Ja. Da sind es 45 Patronen und 80 davon. Okay, ich habe es gemacht. Das war nämlich von diesen Augenbot-Dingsbungs, glaube ich, noch gewesen. Also schon ziemlich lange her alles. Okay, so. Hilfsmittel. Daten. Ja, ich weiß nicht, warum das jetzt hier noch steht, weil da komme ich ja sowieso, glaube ich, erstmal nicht ran. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt hier mal zur Starlight Drive-In und werden mal ein bisschen, ein bisschen hier meine Dings unterstützen. So, die kommen natürlich von da gespawnt, das weiß ich auch. Was wird denn hier? Super Mutanten. Natürlich. Oh, dass jemand drauf geht. Ah, das habe ich wieder alles eingesammelt, egal. Ehrlich, die sind da drinne? Schön, dass du da drin hängst, du Vogel. Ah, shit, ich wollte nicht raus. Komm mal rein. Was ist das jetzt eigentlich? Ich habe jetzt schon wieder nicht aufgepasst. Okay, dann stelle ich mal ganz kurz hier meine Horusung mal ab. Nein. Ich wollte eigentlich jetzt meinen Fusionskern haben. Oh, nur Momentum. I'm so sorry. Ach, wie. So. Wie sonst kehren. Okay. So. Komm mal mit. Nicht so schwer, ne? Ich will dich aber als Ganzes mitnehmen. Ich will ihn jetzt verarbeiten. Okay. Ja, ich bin mit meiner Fabrik immer noch nicht fertig, wie ihr seht. Dach ist noch nicht da. Ich habe das alles ganz schön schleifen lassen mit dem Bauen. So, ich glaube, ich glaube, die Verwertung ist noch vorne. Okay. Kommt schon. Kommt schon. Wartet mal. Oh, guck mal, er kann Spagat. Okay. Ups, jetzt fährt er runter. Das sieht aus. Wartet mal. So. Ähm. Komm, lass mal fallen. Komm, lass fallen. Ist das überhaupt der Verwerter? Ne, ist der Roboterverwerter. Ach, ist der Recycler. Nein, das scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann muss ich das doch jetzt teilen. Hilft dir alles nichts. Komm her. Ich hoffe, der Fuß reicht jetzt aus hier. Nee. Moment. Nein, okay. Schengelster Mut, Affe. Ach, da ist der Schlachter. Oh Mann. Ist schon gut. Ich war schon lange nicht mehr hier. Na? Komm schon. Nein, 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 doch gut. Alles gut. Warum macht denn der Schlachter jetzt nichts? Du? Hey da, du hast den Weg gest... Weg gestalten. Komm mal raus hier. Geht das nicht? Ach, okay. Na? Komm schon. Ja, sag mal. Irgendwie will das nicht so. Doch, jetzt, jetzt, jetzt hat er es gemacht. Jetzt hör es. So, jetzt hat er sich reingekickt, mein Schlachter. Wenn das jetzt funktioniert hier mit dem, dann geht das hier mit dem weg. So, weiß, wirst du, oder? Geht nicht? Ich lache da, du machst deine Arbeit nicht gut. Hm. Na gut. So, dann haben wir noch hier den hier. So, die Kopf nehme ich mit. Der ist gut. Gut. So, dann gehst du, oder? Klappt nicht immer. Doch, jetzt ist der Zerzettel geklappt. Na, wollen wir die Hand noch nehmen? Ein paar kleine Fleischbrocken. Sieht aus wie Bulasch, ha? Tja, die kleinen Sachen? Ich hab keine Ahnung. So, das ist ein Auge. Guckt mal. Mit dem Sehnerv noch dran. Okidoki. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz für nötig Strom. Wartet mal. Habe ich den nicht am Strom angeschlossen? Ich dachte immer, der wäre am Strom angeschlossen. Achso, ich muss es reparieren. Ich verstehe ja. Oh. Uh. Nein, 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 nein. Um... Um... Ups! Quatsch! Da oben komm ich aber nicht hin, ne? Nö... Warte mal... Mach ich's doch wieder anders... Geh mal weg da... So... Hände aussehen... Ah, der ist doch eigentlich... Am Strom dran... Naja gut, ich... Jetzt einfach mal reparieren... Und hier auch nochmal... Was? Ging nicht? Achso, wir fehlen die Teile... Alles klar, alles klar... So, dann... Geh ich mal zu den Käfigen... Wo waren die nochmal... Hier, Käfiger... Gorilla ist ja ein großes Tierchen... Brahmin... Mirelok... Redfish... Redskorpione... Todeskralle... Ehrlich? Wo ist denn... Wo ist denn... Gorillas sind doch nicht mittlere, oder? Doch, tatsächlich... Das ist nur mittleres... Hätte ich jetzt nicht gedacht... Nein, wilde Mutterbiere fehlen mir... Wilde Mutterbären... Fehlen mir... Es sind 24... Leute, 21... Ja gut... Wie viele Betten habe ich? 22... Ja, ist noch alles im grünen Bereich... Da muss ich wohl noch Mutterbären... Mir besorgen... Ach, wartet mal... Ich habe doch eingepflanzt, oder? Ich glaube, ich habe eingepflanzt... Mutterbären... Na doch, da sind sie doch... Scheint wirklich was zu werden... Ja... Jetzt habe ich Angst gekriegt auf Miet... So... Ein Gorillakäfig... Hauen wir die mal... Achso, ne... So... Ich habe doch wilde Mutterbären... Bin ich jetzt irgendwie... Blöd? Ach, das sind nur Mutterbären... Achso... Ja, okay... Ist schon okay... Ist schon okay... Ich brauche die Billen... I'm hanging... Wilde Mutterbären... Hilfsmittel... Warum habe ich da jetzt eigentlich das mit reingemacht? Ach, ist jetzt egal... Ist jetzt egal... Ist jetzt egal... So... So... Habe ich jetzt hier... Wilde Mutterbären... Aber eigentlich... Müssen die ja wenn... Auch mit angezeigt werden... Da... Hab welche... So... Nee... Nee... Falsch... Ja... Gorillakäfig... Ach... Da ist die Öffnung... Da ist die Öffnung... Das ist eigentlich... So... Nein... 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 Ne... Ah... Ja... Ist natürlich wieder typisch... Moment... 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 Strom. So. Nein. Na sag mal, gehst du da ran? Jetzt. So, die sind jetzt alle mit Strom versorgt. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ach so, wartet mal. Wenn ich doch jetzt ein Gorilla züchten möchte, ne? Da muss ich doch irgendwie so ein... Oh Gott, wie hieß denn das Ding? Hier sowas bauen, ne? So ein Beta-Van-Emitter. Äh, Emitter. Nein. Äh. Ach so, wartet mal. Benötigter Rand, Tierfreund und Ödland-Flüsterer. Okay. Deshalb geht es nicht. Äh, wartet mal. Level ab. Ödland-Flüsterer. und Tierfreund. Oh nein, jetzt habe ich nicht genug. Jetzt habe ich nicht genug. Dingsen. Doch, hatte ich. Warum nicht gleich so? Tierfreund und Ödland-Flüsterer, ja? Wo finde ich jetzt Ödland-Flüsterer? Ach, hier. So. Jetzt dürfte es gehen. Ja, ja, ja. Wartet. Habt's gleich. Bei Käfige war das. So. Sehr gut. Benötigt natürlich auch Strom. Okay. Das ist jetzt gebaut. Jetzt wird mein Gorilla auch nicht feindselig. Wenn er denn kommt. Oh, wartet mal. Komm, geht denn da jetzt nicht auf der Käfig? Okay. Dann. Oh. Oh. Okay. Oh. Ich guck grad mal Was ist denn hier mit dem Scheiter passiert? Warum geht denn der nicht? Das versteht, wer will Hm Hm, 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 hm Komm, dann bräuch ich nochmal einen hier hin Hab ja genug Ja, wo ist denn der jetzt hin? Okay, okay, okay Ähm, verwerten Also irgendwie ist hier einen Mutantenhund drin, glaube ich Aber irgendwie geht der nicht Ist ja auch egal Ich will einen Gorilla Enter, reparieren Hab ich doch nicht, ne? Das war doch das Stahl Red Kakerlakenfleisch Ich verstehe ja, ich verstehe ja Okay Na gut, da kann man das eben erstmal nicht ändern Meine Lieben Ich danke euch fürs Zusehen Für eure Likes und für eure Kommentare Und ja, vielleicht kommt ja dann in der nächsten Folge Ja, hier ein Gorilla Ja, der ist dann halt für meine Für meine Siedlung Gut, der passt dann ein bisschen auf Mal schauen, mal schauen, mal schauen Gut Vielen, vielen Dank Und bis zur nächsten Folge Bis Dann, ihr Lieben So, warte, ich stelle mich nochmal kurz vor diesem Gorilla-Käfig So Und jetzt noch nach vorne laufen Und Perfekt Ada will da rein Okay, ich verstehe Gut Bis zur nächsten Folge Bye, bye